Folge ersten Monat Bitch Ich kann nicht springen, warum kann ich nicht springen, ich kann nicht springen, ja So Jetzt kommt nochmal der rechte Cavie-Boss hier Jetzt ist es bei der Flagge ein Item gewesen irgendwie Das gefällt mir nicht I don't like what's going on here Bist du groß oder? Natürlich hast du einen doppelten Schutz hier Jetzt müsstest du es eigentlich haben Du hast da dreifachs eigenes, ne Ja, ich wusste uns wieder Achtung Renn In die andere Richtung Tanuki Renn Das ist nicht Zielpunkt Das ist nicht wirklich nicht Zielpunkt, aber egal Das war Glück Und auch jetzt, wenn die Scheiße runterkommt Nein, ich kann es Guck, Junge Das ist super geil Warum hab ich hier Scheiße runter? Jetzt bist du groß und ich will nicht, dass hier Scheiße regnet Warum wird jetzt hier Scheiße? Sag mir das Es kommt Bomben Äh 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 Keine Ahnung was da krass hier lief Ich konnte überhaupt nichts mehr machen Alles klar Was war das gerade? Ich weiss nicht Ich weiß es nicht, was das gerade war Ich weiß es nicht, was das gerade war Ich weiß es nicht, was das gerade war Also, shit, also aber es war keine kredit sie kann ich doch rein schneiden im nachhinein das display video aber die gibt es jetzt wirklich erst wenn man auch die zusatz volt gemacht hat und sonst gibt es keine kredit oder jeweils im kredi jetzt sehen die kredits ja meister stück achte auf die wäsche agression ich bin hier ein bisschen rumgeschleudert ach die gibt es nach den endboss jetzt dann aber es hat den boss gerade über den super assistent gemacht und dann ging es nicht achso vielleicht ging es jetzt dann okay also ich glaube du musst nur noch den boss machen lassen habe ich dann es sei alles ist gut du bist einfach rennen mit dem flug ding das steht stimmt ich bringe mich selbst um macht es immer neu mit fünf leben weil es haft das jetzt nie mit dem antag leben müssen wir doch mal sehen ich will sich hätten das wirklich so nahe ist im zeit also alles gut du bist kibogos ja du kannst du Uncle Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Was? Du schaust dir das immer noch zu, aber von deinem Handy, weil du zu feige bist hier vorne zu sein. ich habe Angst jetzt hier am Anfang richten Moment abwarten und dann losbraten das Item Rest ist ein Item ne? Irgendwo ist das erste Item. Du meinst doch nicht, ich hab... Du meinst, ich hab jetzt Zeit, mich um mein Scheiß-Item zu kümmern. Hä? Ja! Scheiße! Ja, der bewegt sich nicht! Anstatt zu springen, macht der so! Weiß, das regt mich so auf! Ey, ernsthaft, ne? Der macht die ganze Zeit nur so! Ah, jetzt war's nicht gleich! Ranger Ranger! Cool! Damit bin ich die Feuerluft weg! Damit bin ich die Feuerluft weg! Richtig, guck, die manche glauben an das! Ähm, gut ruhen, bestattst das! Gut ruhen! Ne, bestattst das wirklich! Und dann kommen die Credits und ich bin zufrieden und die extra wollten senken wir uns, weil das Laka 100% Testplay ist! Weil ich die überhaupt nicht hab! Ich mein, ich weiß, da fehlt dir jetzt noch zwei Welten, ne? Aber... im... ...und... ...und 40% ...wag es nur verbunden auf die U haben werden, oder 45%, reißt dann auch! ...an Gamesuchten... ...vom einem Game an... ...zuh... ...das heck mit einer Welt, die der vielleicht mal anders nochmal, oder so! Und ich weiß, dass jetzt noch der Riesenbosser kommt. Das haben wir uns nur von Superassistenten anzuholen lassen. Und wissen auch, wie es geht. Und das müssen wir selbst nochmal machen. Ich bekomme es hin. Ich bin voll winzig. Immer noch voll winzig. Ja, shit dog. Ui, warm. Auf die Birne. Easy is not a good behavior. Gut. Gut, Knut. It's raining, man. Oder eher nicht alle Derea. Warum bin ich schon wieder hier eingekerkert? Drei Runden hintereinander jetzt. Ihr riesen Säcke. Ja, jetzt spring mich auch noch an. Alter, springt die Kacknacke mich an. Ich bin jetzt der ultimative Mario. Ich bin jetzt der ultimative Mario. Ich bin jetzt der ultimative Mario. Der ultimative Mario. Ja, ja, ja. Ich mach auch nur Super Luiz U, allerdings ist das noch kommuniziert und das mache ich mit einem anderen Freund, der das Spiel in- und auswendig kennt. Aber ich mach's es. Eines Tages. Eines Tages. Wenn ich nicht dabei bin. Ich mach's auch als Speedrun. Und da ist die Brücke weg. Wenn du sagst. Die schneidet eine Brücke der Länge nach. Das war die Brücke. Gut, gut, gut. Dann mal ein finaler Bowser. Nein, oh Gott, er kommt von oben. Aber die ultimative Form ist darauf gefasst. Um mit Eichhörncheninstinkten zurückzuschlagen. Sehr gut. Du keine Brücke, ich kann sogar sagen. Wenn ich nicht nah genug am Rand stehen will ich auch nicht. Aber wenn wer mich so ein mitsch trinkt. Seit dem dran stehe. und er hüpft mich an ich krieg gleich die krise die ultima form und die motive form kann dem nicht standhalten leben verloren lol ich würde zu passen also browser spotzt mich an ist das der dritte ich bin noch groß gut das heißt wenn er jetzt kann ich habe jetzt meine ultimative eine bombe meine ultimative form ist verloren aber ich bin trotzdem noch stark genug um den rest des campes auszuführen was jetzt wirklich jetzt ist es so heftig jetzt kommt jetzt noch einmal die ultimative schlacht zu ende biegen der drängt sich wieder geschickt in die ecke aber das ist klar kommt er von oben bitte du musst jetzt reinspringen nein nein du bekommst das hin du bekommst das hin meine ultimative form hat versagt du guck das du guck das er ist weg boom friend we did it du did it aber wir stoppen erst sobald die ähm die pie-eichel oder was wir stoppen erst sobald die ähm credits kommen das ist auch so wichtig du hast auch noch mal was essen und da ist ein piechchen mario als nächstes hat spiel ich schau mal eine projektliste an die ich in der ähm wir haben verlinkt und auch mal rompels also auf meiner romseite und hier sehen wir wie das castle und tipps wieder sein endlich alle retten sich auf ein boot alle zu den decken was hinten im baus ist zu riesig ja da wird schon auch noch dran hängen ja logik habe ich gesagt ja ich was hinten die breiten propeller holen halten die ganze schildkrötenechsen die wirklich wie du sehen kannst sie werden abstürzen ist auch verdient ja natürlich kann die klauenkarren die alle besser halten sind aber cool hmmm so und ja das war ein neueres play jetzt bin ich mal drücken ist wichtig und mit dem schönen Outro bedankst mich ganz herzlich an alle die bei den Spieltronen dabei waren oder es im Nachhinein als Let's Play angeschaut haben und wir haben es geschafft, ne? Wir sind jetzt beim Outro und haben das Spiel geschafft. Danke, cool, sie gehen raus, ein Gaming-Babbo Dekoramsin04 ähm Cool Cookie Gui Slizore und wenn noch alles im Laufe der Zeit da war Mist or Interstress No, Destructor Key, Black Cover 95 Game Account Spot und alle anderen, die dabei waren, der Farbenbomber Sophie und alle anderen, die im Laufe der Zeit dabei waren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. wenn ihr öfter wollt, dass wir solche, ähm solche Videos machen, solche, ähm Speedtrons machen Lasst ein Like da Jetzt sage ich danke fürs Hushauen Macht's gut Bis zum nächsten Mal und ciao und danke nochmal für alle neuen Abonnenten macht's gut und ciao und ciao und ciao und ciao und ciao Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.